Willkommen zurück auf Boxing Arts und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute möchte ich mal über das Thema Veganismus im Kampfsport sprechen. Ob das überhaupt funktionieren kann, was meine Erfahrungen darin sind und wie dir das unter anderem dabei helfen kann, noch leistungsfähiger zu werden. All das siehst du gleich nach dem Intro. Hallo Leute, wie geht es euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Und heute möchte ich mal über das Thema Veganismus im Kampfsport sprechen. Denn für diejenigen unter euch, die es noch nicht wissen, ich bin schon seit zwei Jahren vegan. Das heißt, ich ernähre mich nur auf pflanzliche Basis. Und was mir jetzt das gebracht hat, wie mir das welche Vorteile verschafft hat, das zeige ich dir gleich. Doch bevor wir darauf eingehen, möchte ich mal eine kurze Story, eine Vorgeschichte erzählen. Wie die meisten da draußen von euch, habe ich mich auch sehr, sehr viel fleischlastig und sehr viele Tierprodukte vorher gegessen. Ich hatte zum Beispiel morgens immer zum Frühstück, hatte ich mir immer zehn Volleier gemacht als Omelette. Und dazu immer zwei Schwarzbrot-Scheiben getoastet mit zwei Scheiben Käse und mit Frischkäse bestrichen. Das war immer so mein Frühstück vorher. Und das jeden Morgen. Jeden Morgen das Gleiche, wirklich. Dann über den Tag hinaus hatte ich auch sehr viel Fleisch gegessen zum Beispiel. Meistens war das immer so Pute oder Hähnchen mit ein bisschen Reis dazu, mit ein bisschen Gemüse. Das ist immer das, was ich so in Mittagszeiten gehabt hatte. Und abends habe ich dann meistens auch mal so Fisch gehabt, zum Beispiel Seelachs mit Salat, mit einem größeren Salat. Dazu noch eine Portion Nudeln oder Reis oder so. Dann hatte ich auch mal zwischendurch mal als Snack so Thunfisch aus der Dose gehabt, was ich auch gebraten habe mit Zwiebeln und so weiter und so fort. Das habe ich immer so meistens gegessen über den Tag. Also sehr, sehr viel tierische Produkte. Ach ja, und nicht zu vergessen, ich habe auch extrem viel Milch getrunken. Also wirklich Kuhmilch, weil mir diese Milch einfach so gut geschmeckt hat. Und dazu noch immer zwei, drei Scheiben, vier Scheiben mal Käse dazu. Mhh, lecker. Einfach nur lecker. Aber irgendwann habe ich mich damit dann beschäftigt, okay, kann das überhaupt richtig sein? Und der Grund dafür war, ich war dann immer so beim Training, müsst ihr euch vorstellen. Und ich habe dann immer gemerkt, so irgendwann, hey, ich kriege echt immer oft Entzündungen. Das kann ja nicht sein, habe ich mir gedacht. Aber das war nicht das Einzige. Neben den Entzündungen, die ich häufig hatte, war es auch so, dass ich sehr, sehr oft krank war im Jahr. Das war vielleicht zum Beispiel drei bis vier Mal, war ich mal erkältet. Und dann konnte ich nicht zum Training gehen wieder. Und dann war es auch manchmal so, dass ich Verdauungsprobleme hatte. Extreme Krämpfe, extreme Blähungen immer. So einen aufgeblähten Bauch. Und ich denke mir so, oh, wo kommt das her? Und beim Seilspringen zum Beispiel, wenn du dann gesprungen bist und du merkst das. Das war echt unangenehm. Und das hat mich echt teilweise beim Training auch eingeschränkt. Und das war sehr, sehr nervig. Und ich überlegte dann, überlegte, woher kann das denn überhaupt kommen? Und immer wieder Entzündungen im Handgelenk. Vor allem in der linken Schulter hatte ich auch extrem viele Entzündungen. Und ich dachte mir, okay, zum einen kann das daran liegen, weil ich wahrscheinlich die falsche Schlagtechnik habe. Und ich schlage irgendwie falsch. Aber dazu habe ich auch letztens ein Video gemacht. Wer das noch nicht gesehen hat, kann sich das gerne hier nach diesem Video mal anschauen. Aber ich dachte mir, okay, so schlecht bist du doch gar nicht, dass du irgendwie so schlecht schlägst die ganze Zeit. Dass du dauerhaft falsch immer triffst. Das kann eigentlich nicht sein. Also ging ich dann her und habe mich dann hingesetzt und recherchiert. Und ich habe geguckt, geguckt, wie können Entzündungen überhaupt entstehen. Und so fand ich heraus, dass die meisten Entzündungen durch tierische Produkte entstehen. Sehr, sehr viele. Warum? Weil tierische Produkte sind sehr säurehaltig. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Säure-Basen-Haushalt. Du kannst nämlich entscheiden, je nachdem wie du dich ernährst, also was du zu dir nimmst, kannst du entscheiden, ob dein Körper dann übersäuert ist oder basisch ist. Übersäuert ist immer schlecht. Okay, das heißt, du willst immer irgendwie Probleme haben, langfristig auch Gelenkskrankheiten eventuell, zum Beispiel sowas wie Arthritis oder so, oder halt auch Gichtanfälle gibt das ja auch noch. Und dann kannst du entscheiden, okay, dein Körper ist basisch. Das heißt, das ist im Einklang, das ist nicht entzündungsanfällig. Und im Zuge dessen, wo ich mich dann darüber erkundigt habe, okay, ich habe gemerkt, tierische Produkte sind säurehaltig, kam ich auch immer wieder mehr in die Richtung Veganismus. Und ich habe dann geguckt, nämlich, ja, so Dokus über Tiere, wie die gehalten werden, woher kommt eigentlich meine Nahrung, das Fleisch, wie das vollgestopft wird mit Antibiotika und mit diesen ganzen Stresshormonen und so. Und das ist alles, dieses ganze Schrott nehmen wir immer zu uns, wenn wir das essen. Und das darf man nicht vergessen. Und da dachte ich mir, okay, alles klar, das ist echt schlecht. Und Eier auch und so weiter. Und dann habe ich auch geguckt, okay, wie wird die Milch hergestellt? Und dann dachte ich mir so, wow, ey, das ist ja echt eine Qual für die Kühe und das ist ja echt traurig. Und auch in der Milch sind extrem viele Hormone enthalten, die dazu führen können, dass du dann halt auch diese Entzündungen hast im Körper. Aber irgendwann dachte ich mir, okay, warte mal, jetzt darf ich keine Eier mehr essen, jetzt darf ich kein Fleisch mehr essen und ich darf auch keine Milch mehr trinken. Und dann dachte ich mir so, Moment mal, aber mein Tagesablauf ist doch immer so, dass ich mich von diesen Dingen ernähre. Also dachte ich mir, okay, was soll ich denn noch essen jetzt? Und dann kam ich zum ersten Mal auch mit dem Begriff Veganismus, also nicht zum ersten Mal, sondern ich habe mich dann mehr damit beschäftigt, also vegan sein, wie ist das überhaupt und, und, und. Und ich habe dann geguckt, so, okay, alles klar, du musst viel Grünzeug essen. Und ich dachte mir dann auch erst mal, wie jeder das hat von euch da draußen, die ersten Vorurteile, vegan gleich Salat und Grünzeug. Dann dachte ich mir, Moment mal, das kann gar nicht klappen. Wie, ich bin hier Leistungssportler, ich muss kämpfen, ich muss, ich brauche Energie, ich brauche Power. Ich kann doch nicht irgendwie mich von Grünzeug oder nur von Gemüse ernähren, das geht doch nicht. Und wie wir ja auch bekanntlich den Spruch alle kennen, von Salat schrumpft der Bizeps. Aber nichtsdestotrotz habe ich dann angefangen, mich immer noch weiter in diese Thematik reinzufuchsen, also Veganismus und kam dann zu dem Entschluss, dass ich auf lange Sicht auch wirklich weniger tierische Produkte zu mir nehmen sollte. Und dann kam eine ganz lange Zeit, wo ich mal so Probephasen hatte. Mal habe ich es probiert, dann habe ich mal nicht, dann war ich wieder nur vegetarisch unterwegs, also das heißt, ich habe nur noch Milchprodukte und keine Fleisch mehr oder sowas, nicht das Tier direkt gegessen, sondern was aus dem Tier kommt, also Eier und Milchprodukte zum Beispiel oder Käse, all sowas habe ich dann noch weiterhin gegessen. Und dann gab es mal wieder Phasen, wo ich das hingeschmissen habe und habe gedacht, oh nee, das will ich doch nicht und ich muss wieder Fleisch essen. Aber immer, wenn ich dann weniger Fleisch zum Beispiel gegessen habe, habe ich dann gespürt, okay, alles klar, das wird besser. Und es kann jetzt sein, dass es vielleicht so damals Placeboeffekt war, aber jetzt, wo ich schon seit zwei Jahren wirklich komplett vegan durchziehe, kann ich auch guten Willens sagen, ich habe überhaupt keine Entzündungen mehr, ich habe keine Gelenkschmerzen mehr, ich bin weniger krank, jetzt vielleicht nur noch ein bis allerhöchstens zweimal im Jahr, dann eine bessere Verdauung, das heißt beim Seilspringen oder so, ich habe nicht mehr diese heftigen Bauchkrämpfe, einfach nur dadurch, dass ich die Milch weggelassen habe. Und was da die Vorteile für dich jetzt sein können, das will ich dir einmal kurz auflisten. Unter anderem fand ich aber auch in meiner Recherche heraus, dass nicht nur irgendwie so normalos Veganer sind, sondern es gibt auch wirklich tatsächlich Höchstleistungssportler, die auch den Veganismus anstreben, wie zum Beispiel David Tay, der ist auch vegan und Mike Tyson sogar, hat auch den Veganismus gelebt. Vielleicht kennt ihr das Bild von Tyson, wo er so extrem übergewichtig ist und er hat sich da entschlossen, die vegane Ernährungsform anzunehmen und dann hat er dadurch auch 70 Kilo abgenommen. Das muss man sich mal reinziehen. Das ist auch eine Erfahrung von mir, das ist für mich extrem leicht abzunehmen und nicht nur irgendwie so Wasser oder sowas, wie das beim Weight Cutting zum Beispiel ist. Dazu habe ich nämlich auch mal ein Video gemacht, kannst du dir auch mal hier oben nach diesem Video anschauen. Du verlierst extrem viel Körperfett, wenn du die vegane Ernährungsform anstrebst, weil du einfach diesen ganzen fetthaltigen, tierischen Produkte, die du nicht mehr konsumierst, diese ganzen cholesterinhaltigen Produkte und du wirst sehen, wie das Fett dann nur noch so wegschmilzt. Aber das ist auf jeden Fall auch eine Erfahrung von mir gewesen, die ich gemacht habe. Und dann denkt man sich, okay, alles klar, wenn die das machen, dann hat das schon wirklich einen Grund. Und so kam ich dann auf die Idee, ich muss das langfristig auch umsetzen. Kommen wir also zu Punkt Nummer 1 und das ist keine Entzündungen mehr. Und glaube mir, ich kann darüber ein Lied singen, weil ich hatte extrem viele Entzündungen, sowohl in den Handgelenken, in den Elben und auch vor allem in den Schultergelenken. Das war das Schlimmste immer links bei mir. Und seitdem ich mich aber jetzt vegan ernähre, wirklich, ich trainiere immer noch. Ich trainiere sogar noch hart. Und es ist aber so, dass ich keine Entzündungen mehr habe. Ich kann noch so hart trainieren, wie ich will. Ich habe keine Entzündungen mehr. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich einfach diese Schmerzen nicht mehr habe. Und diese Schmerzen kamen wirklich immer dadurch, weil ich so viel Fleisch gegessen habe, so viel tierische Produkte gegessen habe, weil die wirklich extrem entzündungsfördernd sind. Und deswegen, das habe ich alles abgesetzt. Und jetzt geht es mir seitdem viel besser. Und wenn du jetzt da draußen bist und sagst, hey, ich habe wirklich oft auch Entzündungen und ich weiß nicht wirklich, woran das liegt, dann guck einmal auf deine Ernährung. Vielleicht solltest du da weniger oder ganz streichen am besten. Meine Meinung ist, streiche es ganz weg, ganz klar. Und dann guck mal, wie sich das für dich auswirkt. Und wenn du merkst, nach ein, zwei Monaten, ey, krass, das ist alles weggegangen, dann bist du genau auf dem richtigen Wege. Dann das Zweite, was ich auf jeden Fall deutlich gespürt habe und das ist die bessere Regeneration. Was genau meine ich mit bessere Regeneration? Jetzt glaubt ihr ja, hey, warte mal, wenn du dich regenerieren willst, dann brauchst du ja viel Protein und so weiter und so fort. Aber dem ist nicht so. Die meisten glauben immer so nach diesen Angaben, wie zum Beispiel, ja, ich muss zwei Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Zum Beispiel also, wenn du jetzt 100 Kilo wiegst, müsstest du am Tag 200 Gramm Eiweiß essen. Oder aber, wenn du 80 Kilo wiegst, 160 Gramm. Das ist so die Faustregel, die man sagt. Wenn du mich fragst, ich esse vielleicht 100 Gramm, manchmal vielleicht auch 120 Gramm, manchmal vielleicht auch, wenn ich mehr gegessen habe, auch 150 Gramm Eiweiß. Aber ich wiege jetzt zum Beispiel 80 Kilo, okay, und ich müsste laut der Faustregel dann 160 Gramm essen. Wenn ich es mal nicht schaffe, ist kein Weltuntergang. Also ich fühle mich immer noch fit. Also ich hatte auf jeden Fall eine viel, viel bessere Regeneration. Das habe ich einfach daran gemerkt, ich habe mich fitter gefühlt über den Tag hinaus. Ich habe mich, ich bin aufgestanden, ich brauchte weniger Schlaf. Früher war ich immer so, dass ich echt so 9, 10 Stunden manchmal geschlafen habe. Jetzt brauche ich vielleicht nur noch so 5, manchmal auch 6 Stunden. Und das reicht mir absolut aus, wo ich dann sage, krass, ich fühle mich fit. Ich mache dann zum Beispiel über den Tag mein Training, mache ich ein bisschen was für die Arbeit, dann drehe ich hier ein Video für euch und dann trainiere ich vielleicht noch einmal am Tag und frage mich am Ende des Tages, okay, alles klar, hey, wie kann es jetzt weitergehen so, ne? Und was ist jetzt hier los? Also ich fühle mich noch voll fit, so ganz ehrlich. Ich bin noch gar nicht müde, schlafe dann vielleicht erst um 2 Uhr morgens oder so, ich stehe dann aber auch wieder um 8 Uhr, 7 Uhr dann auf, ne? Und dann denke ich mir, okay, alles klar, das reicht für mich. Aber das habe ich auf jeden Fall daran gemerkt, seitdem ich mich vegan ernähre. Und das bringt mich zum dritten Punkt und zwar, ich wurde viel leistungsfähiger. Und das ist ein Punkt, den ich deutlich zu spüren bekommen habe. Ich zum Beispiel, ihr kennt ja bestimmt diese Ernährungsformen, ne? High Carb, Low Fat oder Low Carb, High Fat und so weiter und so fort. Diese Sachen habt ihr bestimmt schon mal gehört. Und ich erinnere mich aber nach der Basis High Carb, Low Fat, das heißt viele Kohlenhydrate und wenig Fett, okay? Und dazu noch den veganen Style. Also bedeutet wirklich extrem viel Gemüse, okay? Ich esse zum Beispiel zwei Hände voll Gemüse, du solltest eine Handvoll komplett grünes essen am Tag und eine Handvoll buntes. Dann esse ich komplexe Kohlenhydrate, das heißt langkettige Kohlenhydrate, wie zum Beispiel brauner Reis, ist einer meiner Lieblingsreis ordne. Dann zum Beispiel Vollkornnudeln, ne? Ist auch, halten dich lange satt. Und all diese Dinge führen dann dazu, dass du leistungsfähiger wirst. Du wirst einfach viel fitter, du bist wacher, du bist fitter und du fühlst dich energischer und du könntest, du fühlst dich so, als ob du immer ständig Bäume ausreißen könntest. Das ist das, was ich gefühlt habe. Dann kommen wir zu Punkt Nummer 4 und das ist ein gesünderes Hautbild. Und das ist etwas, was für mich früher extrem schlimm war. Und das war, ich hatte zum Beispiel sehr, sehr viele hier Pickel und vor allem auf dem Rücken immer. Und das sind nicht so eine kleine Pickel, wo man denkt, das sind so Streuseldinger, sondern das sind so eine richtigen fetten Oschis gewesen, ne? Wo ich mir gedacht habe, Alter, wie geht das denn? Und zwischendurch hatte ich auch sowas im Gesicht, zum Beispiel auf der Nase oder hier an den Wangen und so. Und ich dachte mir so, okay, das ist echt heftig. Ich traue mich gar nicht mehr so in die Öffentlichkeit damit zu gehen, ne? Weil mir das schon so unangenehm ist. Aber das war auf jeden Fall ein Punkt, was ich gemerkt habe beim Veganismus oder seitdem ich jetzt zwei Jahre vegan bin, ich habe eine viel bessere Haut, ne? Viel bessere Haut. Ich habe weniger Pickel bis gar keine mehr. Also wenn, zwischendurch kommt man natürlich an. Das wäre gelogen, wenn ich sage, es kommen gar keine mehr. Du hast insgesamt ein besseres Hautbild und das ist einfach ein sehr, sehr großer Pluspunkt für mich gewesen. Weil ich habe mich dadurch einfach besser gefühlt. Ich habe Menschen getraut, in die Augen zu schauen und so. Und habe nicht dann gleich gedacht, okay, gucken sie jetzt gerade meinen Pickel an oder gucken sie mir jetzt in die Augen, so nach dem Motto. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was du auch merken wirst, wenn du dich vegan ernährst. Und der fünfte und letzte Punkt, den ich jetzt auf jeden Fall vertreten kann und das ist das reine Gewissen. Und das ist ein Punkt, der erst im Nachhinein für mich an Wert gewonnen hat. Und ich muss dazu sagen, ich war am Anfang eher egoistisch. Ich habe nur an mich selber gedacht. Das heißt an meine Gesundheit. Ich dachte mir, okay, ich mache das, damit meine Entzündungen weggehen und so. Aber dann immer im Laufe der Zeit, immer und immer wieder in diesen zwei Jahren kam dann dieser Punkt auch weiter nach vorne, wo ich mir dann denke, okay, ich habe jetzt wirklich ein reines Gewissen. Ich habe kein Tier dafür getötet. Ich habe keinen irgendwie, nicht dafür gesorgt, dass der Urwald abgerollt wird, dass das abgeholzt wird alles. Und ich habe auch nicht dafür gesorgt, dass Menschen irgendwie immer noch hungern müssen auf dieser Welt. Und das ist so ein schönes Gefühl, wenn du dich dann nachts hinlegen kannst, auf deinen Kopf gehst und sagst, okay, alles klar, ich gehe mit einem reinen Gewissen in den Schlaf rein. Und ich sehe jetzt nur regelrecht, wie der ein oder andere schon denkt, Ferhat, du laberst einfach nur scheiße. Was redest du eigentlich da? Ich gehe trotzdem immer noch gut schlafen, auch wenn ich mir ein dickes Steak reingepfiffen habe. Das kann sein. Das war früher bei mir auch so. Ich habe auch mir keine Gedanken darüber gemacht. Aber ich kann dir nur eine Sache ans Herz legen, wenn du jetzt der bist und der das dir denkst. Ich kann dir nur ein Zitat in den Kopf bringen. Und zwar ist dieses Zitat von Immanuel Kant. Und zwar sagte Immanuel Kant, habe den Mut, deines eigenen Verstandes zu bedienen. Was bedeutet das? Das bedeutet, mach dir mal einfach mal Gedanken darum. Mach dir einfach mal Gedanken darum, setz dich am besten hin, schließ die Augen, guck nichts an, guck in die Luft meinetwegen, ist mir egal. Aber mach dir mal Gedanken darum und überleg mal, das, was du da tust, ist das richtig oder ist das nicht richtig? Und dann wirst du selber zur Erkenntnis kommen. Und so war das dann bei mir auch irgendwann. Weil ich wollte ja den Veganismus eigentlich nur so lange machen, bis meine Entzündung wechselt. Aber ich kam dann immer wieder auf den Trichter, okay, hey, wieso ziehst du das eigentlich nicht komplett durch? Weil du würdest so vieles damit verhindern. Und deswegen kann ich dir ans Herz legen, habe immer dieses Zitat im Kopf von Immanuel Kant, habe den Mut, deines eigenen Verstandes zu bedienen. Und dann wirst du sehen, du wirst zur Erkenntnis kommen und sagen, okay, alles klar, vielleicht ist das doch nicht mal schlecht, wenn ich das mal so hinterfrage, was ich ja nicht hier mache. Ist das richtig, immer das zu machen, was alle anderen machen oder vielleicht mal in eine andere Richtung zu gehen? Überleg mal selber für dich und es würde mich freuen, wenn du mal unten in die Kommentare schreibst, was du darüber so denkst. Das waren auf jeden Fall die Punkte, die ich auf jeden Fall extrem stark gefühlt habe oder immer noch fühle jetzt, weil ich ziehe das schon seit zwei Jahren jetzt durch. Ich kann dir das nur ans Herz legen, mach das auch, werde zum Veganer und du wirst sehen, wie sich das positiv auf dich auswählt. Ja Leute, wir sind auch wieder am Ende des Videos angelangt und jetzt würde mich mal interessieren persönlich, schreib mal unten in die Kommentare rein, ob du Veganer bist oder ob du das überhaupt nicht machen willst und du nicht darauf verzichten kannst und 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 und. Schreib das mal unten in die Kommentare rein. Und wenn du jetzt sagst, hey Pferd, vielen Dank dafür, das hat mir wirklich weitergeholfen und ich möchte auch wirklich abnehmen und langfristig auch das so halten können, dann kann ich dir wirklich sehr gerne dabei behilflich sein. Dreimal die Woche trainieren wir live in der Boxing Arts Academy. Schau mal einfach unten im ersten Link in der Beschreibung nach, da findest du mehr Informationen dazu und ich würde mich freuen, dich demnächst als Mitglied begrüßen zu dürfen. Falls dir das Video gefallen hat, dann gib mir einen Daumen hoch dafür, abonnier den Kanal und aktive die Glocke, damit du auch keine weiteren Videos mehr verpasst und wir sehen uns, bis zum nächsten Mal. Ciao.